Eine ganze Gruppe von Edukateuren und Anseignern, die den Nutzen der Atemschutzmaske kritisch froh stellen, hat sich schon nach der Karte geholt, an einen öppnen Brief und Claude Maisch adressiert. Ich meine, die Maske, die wir uns an der Erde haben, als Anseignern und Anseignanten, als Edukateure und Edukatrischen, wir sind besonders, wenn wir jung sind, in einer anderen Relation mit den Kanern, wir müssen in einer anderen Relation sein, wenn die Maske umgesicht wird, dann ist das ja die Relation. An der Erde, wenn man den Spruch überlegt, muss man das Gesicht sehen, muss man den Mund sehen, wir müssen auch den Kanern ihren Mund sehen. Und weil wir an einer Grundschule nicht den ganzen Tag sitzen, das kann man ja auch tun, dass auch in einer Bewegung sind, kann man den Kanern immer kommunikieren, dass das für uns eine untragbare Situation ist. Wir als Pädagogen sind das ganz kritisch, und wir fanden, dass auch die Regierung muss erfohren machen, für das Klima von Angst zu werden, an den Kanern, auch den Älteren, Optimismus zu verbieten, und noch eine Besantanz zu gehen, für zu weisen, dass der Lehrer kann hergehen, zum Beispiel, dass er Rekommandationen gibt, wie er sich gesund ernährt, wie er sich gesund verhält, wie sein Immunsystem verstärkt, ob ein Flodder da weiß. Das kann ihn zum Beispiel machen, all der ein Mehrdauerplatz, dass er direkt aufhängt mit den Zölf und Infizierten an den Todeschen. Dem Lehrerpersonal geht es halt auch mal schlecht durch Drohungen von dieser Maske. Können Sie vielleicht ein paar Beispiele nennen, in dem Kontext, als nämlich auch zu froh für die Haftung? Also, das ist richtig, jetzt sind Kolleginnen und Kollegen, die, wenn sie die Maske aufhören, an den Ort nicht kommen, schon auch schon Kollegen gesehen, die sich übergehen haben, nur ein Mensch vom Dach, weil sie für den Effekt von der Maske. Auch keine haben die Maske aufhören, auch keine fühlen sich nicht viel. Sie sollen aber nicht, weil sie Angst haben, weil sie Angst haben, wenn sie die Maske aufhören, und dass sie dann, dass sie nicht geschehen, oder dass sie Grauselte erkranken. An dieser Angst haben wir drunter. Wir, als die, die den Brief und den Minister rundherum, freuen, den Minister für die Haftung der Maske an den Konsequenzen haben. Weil der Drohung der Maske hat Konsequenzen. Das geht aus Etüden deutlich. Und wir wollen nicht keine obligieren, Masken zu drohen, und gleichzeitig verantwortlich zu sein für das, was das noch geschieht. Dasselbe gilt auch für uns. Wir müssen die Maske auch drohen, und wir gehen durch und den Direktionen obligiert. Im Moment haften die Direktionen, wenn ein Schuh daraus entsteht. Es geht um die Schuhe, dass es nicht ein Schuss körperlich ist, sondern auch psychisch. Und da könnte man etwas dazu sagen, an die Frauen, die stellen wir den Minister, und die wollen wir ganz klar anfangen. Es gibt keine Studie, die beweist, dass die Masken irgendwie produktiv werden können. Es gibt auch so, dass sie kontraproduktiv sind. Masken sind im Großen und Ganzen gemerkt für Leute für Chirurgen, die operieren, damit sie nicht kämen, ob sie eine offene Infektion oder eine offene Wund machen können. Sie sind aber nicht gemerkt, dass die Leute sich absperren oder dass die Schüler sich absperren sollen, dass sie nicht richtig atmen können. Sie holen CO2-Dummer ab, denn der CO2 geht nicht richtig aus der Maske raus. Der Tisch, sie atmen den Römer gar nicht an. Egal, auf welchem Alter sie sind, aber egal nicht. Die Menschen sind seit 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 Jahre alt. Sie sind noch an der Entwicklung. Sie entwickeln ihre Lungen nach, die entwickeln nach ihr Gehirn, die entwickeln hier Cellen, hier das Blut, alles steht an. Es ist immer eine Rückstauw, da, wenn man die Masken ausautomt. Und die Masken ausautomt wird an, dass die Masken ausautomt wird. Alle beiden sind nicht mannbar bei der RDR und dankbar, dass sie ein Open Hour von tun haben, was die wichtigste Lungen angeht. Fakt das, dass der Nutzer der Masken nicht klar etabliert das und eine ganze Reihe Etüden sich wieder zu sprechen. Für Mark Hildscher und Nathalie Krämer missdrehen von der Masken an den Schulen, dem noch freiwillig erkennt, muss es auch sein. Musik Untertitelung des ZDF, 2020